Hey Passer, Freunde der frechen Lügen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext mit Nemesis. Eigentlich wollte ich dieses Video gar nicht machen, aber ich sehe mich leider gezwungen, mich zu rechtfertigen, denn aktuell wird mir gerade unterstellt, ich hätte jemanden ganz bestimmten on-stream gedoxt und das ist dieser nette Mann hier. Okay, worum geht's hier eigentlich? Ascoron ist der neue Frontmann und Moderator von Shuryoka, der mit einem Bot aktuell durch sämtliche Twitch-Chats durchläuft und ewig lange Bannlisten anfertigt. Weiterhin ist er auch auf X tätig und Copyright strikt jeden einzelnen Beitrag, in dem irgendwelches Bild- oder Tonmaterial von der lieben Shuryoka zu sehen ist. Vor ungefähr einer Woche kam Ascoron dann in den Chat von KuchenTV, der gerade live war und die beiden haben sich sogar unterhalten und Ascoron wurde sogar zum VIP befördert, wie auch immer er das geschafft hat und die beiden haben so ein bisschen hin und her geredet und dann kam eine Aussage, die man mir per Screenshot zugeschickt hat. Dort sagte Ascoron nämlich, vor mehreren tausend Leuten gerade live, at KuchenTV, gegen Nemesis stelle ich am Montag Strafanzeige. Auf die Nachfrage, hä, wieso denn das, kam nur ein, hat mich live on-stream gedoxt. Selbstverständlich ist das alles komplett an den Haaren herbeigezogen, machen wir uns doch nichts vor. Das alles diente nur einer einzigen größeren Strategie, nämlich mich bei großen Streamern wie KuchenTV vor, gleich mehreren tausend Leuten komplett durch den Dreck zu ziehen. Und wie wir gesehen haben, es hat ja auch funktioniert. KuchenTV hat diese Info gelesen und hat sich dementsprechend negativ geäußert. Ich hätte mich auch nicht anders geäußert. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht erwarten, dass KuchenTV sagt, Moment mal, das will ich jetzt erstmal recherchieren. Wir machen mal kurz Pause. Ich spreche mal eben den Dicken an, ob das auch alles wirklich so wahr ist. Ist ja Quatsch. Ich hätte es, wie gesagt, auch nicht anders gemacht. Und das alleine, denke ich mal, war Ziel von Ascoron. Und deswegen sind wir jetzt hier und machen dieses Video. Ich werde euch gleich den Teil meines Streams zeigen, in dem diese angebliche Doxing stattgefunden haben soll. Kurze Erklärung, es war eigentlich nur ein dummer Gag auf Twitter über Shoryoka, dass man halt ihr Bild nicht mehr zeigen darf. Und dabei beim Scrollen wohl scheinbar ein Beitrag von einem User gezeigt, der halt seinen Namen tatsächlich ausgeschrieben hat. also seinen richtigen Namen, nicht Ascoron, sondern halt seinen kompletten Vor- und Zunahmen. Das habe ich aber nicht gewusst. Aber seht erstmal selbst rein, macht euch ein Bild und dann sehen wir uns gleich wieder. So. So, gucken wir mal. Hast du denn sonst noch auf deiner Seite irgendwo das liebliche Gesicht von unserer lieben... Boah. Hm, 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 hm. AscoronTV hat echt... Was mit AscoronTV? Ja. Jetzt hatte... Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Kennt ihr noch den ICQ-Sound? Gibt es den noch? Oh, oh. Oh. Oh, oh. Müssen wir aufpassen. Müssen wir aufpassen, oder? Wo steht der Klarname? Wo hier? Nö. Wo steht denn der Klarname? RIP-ICQ, ja. Es war eine schöne Zeit. Ein Post von Jesus? Wo denn? Hier, der hier? Ich wusste gar nicht, dass es ICQ-Russisch ist. Den Sound hat Eingabe ein Kollege als Nachrichtenton. Boah. Wo denn noch? Oh. Kann sein. Ich habe irgendwas gelesen. Ascoron und dann irgendwas... Mann, Mann, Mann. Das wollen wir aber ganz schnell hier. Ne? Ja, so dann... Oh. So, ich denke mal, jetzt sollte ersichtlich sein, dass dieser Verwurf komplett an den Haaren herbeigezogen wurde. Und trotzdem habe ich nach dem Stream das VOD offline gestellt und auch geguckt, dass davon keine Clips angefertigt wurden. Nun habe ich aber trotzdem noch eine weitere sehr relevante Info für euch, die dann hoffentlich auch tatsächlich den finalen Schlussstrich unter diese ganzen Charade ziehen wird. Jeder von euch, der einen Copyright-Strike vom Ascoron bekommen hat, wird auch dementsprechend eine E-Mail von Twitter oder X bekommen haben, die euch halt informiert, dass ihr einen Copyright-Strike kassiert habt. Und in dieser E-Mail, da stehen sehr viele interessante Informationen, ja? Und Homelander, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, der hat ebenfalls so einen Copyright-Strike kassiert und dann halt auch diese E-Mail erhalten. Und er war halt, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen knatschig. Ich lese mal eben vor. Er hat hier geschrieben, Ascoron, das ist eine Warnung. Beim nächsten Mal wird nichts geschwärzt sein. Shoryoka, auch dich warne ich damit. Überlege dir gut, wem du damit schaden wirst. Mir ist ein derzeitiger Höhenflug egal. Und dann hat er seine E-Mail gezeigt. Und wie ihr sehen könnt, einiges geschwärzt. Also eigentlich alles Relevante, bis auf hier oben den Vor- und Zunahmen. Ja, den habe ich jetzt nochmal nachträglich geschwärzt, beziehungsweise unkenntlich gemacht. Einfach nur, weil ich nicht so ein Typ bin, wie Ascoron mich darstellt. Und hey Ascoron, das heißt danke, liebe Animesis. Und ich sage, hey, gerne. So, wie wir hier sehen können. Hier stehen allerlei wichtige Informationen. Der Auftraggeber, also in dem Fall Pia Anna Scholz, aka Shoryoka. Und dann hier wird es interessant. Hier kommt nämlich der Name der Person, die den Copyright-Strike verordnet hat. Und das ist hier nämlich unser Ascoron. Na, da steht auch für wen er arbeitet. Die Berufsbezeichnung. Der hat sogar seine E-Mail-Adresse, seine richtige Wohnadresse und seine Telefonnummer hinterlassen. Ich habe eine ungeschwärzte Version so einer E-Mail bekommen. Ja, zugeschickt bekommen. Und da steht echt alles drin. Das heißt, jeder, der einen Copyright-Strike bekommen hat, könnte ihn theoretisch anrufen, den Ascoron und sagen, ey, weißt du was? Du bist ein Sack. Was machst du jetzt hier mit dem Copyright-Strike? Ja. Aber so viel zum Thema. Ich hätte ihn gedoxt. Jeder, der einen Copyright-Strike bekommen hat, dem hat Ascoron quasi sich komplett offenbart. So viel zum Thema Doxing. So, Leute, wir sind am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch allen aufzeigen, dass der liebe Ascoron am Ende des Tages vielleicht dann doch nicht ganz so lieb ist und seine Aussage, ich hätte ihn gedoxt, einfach nur eine freche Lüge war, einfach nur um mich vor so vielen Leuten wie möglich durch den Dreck zu ziehen. Was bleibt noch zu sagen? Eigentlich gar nichts. Vielen ihm Dank fürs Einschalten. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Ansonsten findet ihr mich auf Twitch von Montags bis Samstags von 9 bis 15 Uhr. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, macht es gut und tschüss.